Was alles im menschlichen Körper möglich ist, wenn man einfach nur will. Oh mein Gott. Oh, mit seinem Ziel war auch, Leute zu motivieren. Das wird auch nicht. Azad, mein Bruder. Aber es ist ehrlich, mein Kopf kommt schon normal. Ein Adi. Ich schwöre, geht fit. Ich schwöre, er sieht so stabiler damit aus. Versteht ihr, was ich meine? Gibt mir so schlechte Nemo-Vibes. Also er ist eine schlechte Version von Nemo. Oder er sieht aus wie dieser eine Bruder, der mit 35 immer noch studiert. Einfach Schildkrötenzeichen. Was hat diese App mit ihm gemacht, ja?